Good Mornings! Wie der Name schon sagt, damit starten wir jeden Tag. Guten Morgen Gruß! Passt, ihr schnappt euch einen Besenstuhl, legen wir hinten den Nacken rein und halten den so, wie ihr Backsquatten würdet. Wichtig, wieder bauchfest und das ist entscheidend bei dem Good Morning. Wir gehen ganz leicht in die Knie, wir sagen zu softe Knie. Jawohl, schrägst nochmal ganz durch. Ja, soft. Sehr gut, enttriegeln. So, jetzt gehen wir her und schieben den Hintern, so weit es geht nach hinten und kommen in die tiefste Position. Entscheidend dabei ist der Rücken gerade. Frau, spürst du deine Hamstrings? Ja. Darf ich sie dienstlich berühren? Ja. Da soll ich ziehen. Okay. Und dann mit der Hinternsang aufrichten. Da langsam starten und in die beste Position vorarbeiten, die ihr halten könnt. Nur mal wichtig, Knie sind soft, Gewicht ist auf den Fersen und ihr lehnt euch mit dem geraden Rücken so weit wie möglich. Nach vorne. Dankeschön. Ja.